Und wenn die jetzt auch noch eine Idee hätte, was er machen soll. Na komm. Was wird das dann? Oh. Lustige Nummer. Hinternangriff. Okay, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass das ein Angriff ist, aber... Wenn es so sein soll, dann... Ähm, was ich ja jetzt machen kann, praktischerweise, da ich da ja jetzt Einflussgebiet habe, da kann ich sie heilen. Hm. Hat aber gerade nicht so viel gebracht, warum auch immer. Das hat dafür aber jetzt was gebracht. Dann kann ich die Leine nehmen. Und sie wieder angreifen lassen. Naja. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Oh, meine arme Dolly. Du siehst nicht gut aus. Was ist denn nur mit dir? Meine Güte, das Schaf ist nicht krank. Es bekommt Junge. Fangt die Lämme ein. Sonst verletzen sie sich. Dazu ein paar leckere Bratkartoffeln. In diesem Fall bin ich eher für das Böse. Aber ich fange sie trotzdem. Oh, da kommt noch eins. Oh nein, das muss zu. So, da habe ich mehr Platz. Ja, ein Schaf haben wir doch schon mal. Hm. Na komm. Achtung, da kommt es. Oh, Glück gehabt. Das war knapp. Uh, sehr knapp. Also ich weiß nicht. Manchmal, man muss halt darauf achten, wie die Lämmer, äh, wenn die Lämmer aufleuchten. Dann muss man die irgendwie greifen. Aber es klappt natürlich dann nicht immer, weil man eben im höchsten Moment klicken muss. Acht Stück haben wir schon. Das steht oben links, für die, die es interessiert. Nein. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Zehn Stück sind es jetzt. Mal sehen, wie viele sie noch werden. 11, 12, 15. Na, als ob sich das nicht verletzt hätte. Theoretisch. Achtung, da kommt es. Na, 15 Stück? Nicht schlecht. Gleich ist es soweit. Oh Gott, sind das viele. Wie kann denn ein Schaf nur so viele Junge kriegen? 17 Stück? Oh Gott. Das ist doch... Uh. War das knapp. 19. Unglaublich. Oh, da kommt noch eins. Ah, da. Okay. Uh. 22. Das wird ja immer heftiger hier. Achtung, da kommt es. Wow. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, wie das passiert ist. Aber irgendwie habe ich es noch geschafft. Gleich ist es soweit. Ach komm. Schauen. Oh, cool. Ich habe es doch noch bekommen. Ich dachte, das würde aus der Reichweite fliegen. Ein Haus für die Kreatur? 27. Diese Griechen sind wirklich einzigartig. Ist ja krass. Die Griechen bilden Krieger aus. Sie werden gewissbar nicht aufgehört irgendwie. Oh doch. 27. Oh Mann. Hm. Oh, meine Dolly. Jetzt geht's dir wieder gut. Und wir haben neue Spielkameraden. Geschafft, Herr. Gut gemacht. 27, Junge. Ich... Das ist einfach... Oh, was weiß ich, meine Kreatur? Der geht's gut. Ich greife da jetzt ein bisschen an. Oh, ich kann's auch mal machen. Oh, jetzt wird's los. Das war die falsche Armee. Entschuldigung. Oh, das war die falsche. Das war die falsche. Für den Moment. Was hatte ich jetzt vor? Nimmst du... ...einen Baum, einen Stein? Gehst du dich ein? Ach, er will einen Stein nehmen. Der kann einen Stein aufheben. Mir hat er immer gesagt, er kann's nicht. Das will wahrscheinlich der Armee einen Stein an den Kopf werfen. Kreatur sammelt Rohstoffe. Naja, gut. Das machen wir dann mal anders. Das machen wir mal anders. Ja, nicht im... Hm. Nicht im Gebiet. Äh, klasse. Was auch immer die jetzt wollen, ich kann's bauen. Oh, eine... Ah, klar. Ich habe ja fast komplett vergessen, dass wir nur Kneipen haben. Okay. Oh, das wird jetzt ein bisschen heftiger. Obwohl, mit dem Baum hat sie wohl gerade ein bisschen... Na, greift die einfach an. Genau. Machst die einfach fertig. Das ist ja einfach... Das ist egal. War da noch eine... Nee. Das ist keine Rolle gewesen. Das ist einfach nur eine Stadt. Hm. 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 Ich hätte auch nichts dagegen, dass meine Kreatur mal... Mal stirbt, weil dann wäre die wieder hier. Und dann... Ähm... Könnte ich die dazu bringen, ein bisschen was an Rohstoffen zu sammeln. Was die AI machen soll. Von daher... Ja, böse. Hm. Das ist ziemlich nur 88% gut, also... Ich weiß ja nicht, was ihr wollt. Ja, doch. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt eine Mauern. Habt ihr doch schon. Ah, das sehen sie natürlich nicht allein. Bis man sie mit der Nase drauf wirft. Hm. Oder bis zu dem Zeitpunkt, wo die Gegner dann doch nicht irgendwie reinkommen. Hm. Keine Ahnung. Die holen sich irgendwo her. Ernst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ganz cool. Ah, meine Kreatur hat das überlebt. Und jetzt reißt sie die Mauer ein. Mit einem beherzten Hinternangriff. Okay. Jetzt greift sie noch weiter an. Was sie mal machen kann, ist... Das da attackieren. Weil wenn das kaputt ist, dann kann es ja auch nicht mehr funktionieren. Die Kreatur der Griechen bereitet mir Sorge. Ja. Sollte sie auch. Definitiv. Gut. Jetzt die Frage. Was machen wir? Ähm. Das hat mal so geknirscht. Ach so. Die Kreatur. Das höre ich ja auch immer hier. Das war ein bisschen übertrieben, aber... Oh. Ich habe fast 400.000 zusammen. Das ist natürlich krass. Mit den Aufträgen. Wir brauchen etwas her. Ja, okay. Wenn ich die irgendwie dazu kriege, zu kapieren, dass ich eine Mauer für die gebaut habe, dann kriege ich die auch. Eindruck erhöhen. Ah. Verbinde drei deiner beeindruckenden Gebiete. Das heißt, ich muss drei Städte verbinden. Mit den Eindrucksteilen. Und dann werden wir wahrscheinlich die hier, die und... Okay. Die wären eigentlich ganz cool, aber... Dann müsste ich ja noch eine hiervon machen. Naja. Ich würde es mir überlegen. Unsere Kreatur! Nein, das ist meine Kreatur. Was habt ihr denn da immer für Unterscheidungsprobleme? Ach Gott. Ich dachte, jetzt kommt ein Dingswunder. Ein Blitzwunder. Da wäre ich doch mal dafür gewesen. Komm, Blitze. Wofür habe ich es dir jetzt beigebracht? Ach, wenigstens meine Kreatur ist aber immer noch ein bisschen böse. Und das Blitzwunder. Was wahrscheinlich eine Menge getötet hat. Hofft man doch dann immer. Und heilen. Sehr schön. Jetzt kann es nicht eigentlich nochmal heilen, aber... Das können wir nachher klären. Hm. Hm, 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 hm. Okay, wenn wir eh schon... Wenn wir eh drei... Das gibt es jetzt nicht, oder? Ich komme wahrscheinlich nicht... Hm. Ich komme wahrscheinlich nicht mit meinen Gebäuden hier raus. Alkohol benebelt die Sinne aller Baumeister und Strategen. So steht das geschrieben. So ein Müll. Ich muss es irgendwie schaffen, außerhalb dieser Mauern zu kommen. Ja, und dieses Haus könnte der Schlüssel dazu sein. Ich hoffe es zumindest mal. Ja, ja, sagt mir nur, dass das Ganze böse ist. Und dann baue ich euch ein paar Hütten draußen und dann ist es auf einmal wieder gut. So, und jetzt zeige ich euch, dass ihr doch eine Mauer drumherum habt. Ganz simpel. Ganz simpel. Ganz simpel. Ja, jetzt habe ich da die eine Person geschubst. Das ist natürlich jetzt wieder richtig böse. Wenn ich das ja auch immer mit Absicht mache. Ich bin ja schon ein böser Mensch. Ich bin ja schon mit Absicht darum... Was? Ist es schon böse, einfach nur das Holz zu nehmen? Hm, die könnte ich auch nicht entscheiden, oder? Ich habe da noch ein bisschen Holz, dann brauche ich noch ein Stück Weg hierhin, damit ich diese Mauer komplett in meinem blöden Einflussbereich habe. Und wenn ich die jetzt noch bauen könnte, also das Haus hier, dann... Kann ich eventuell auch... Eventuell... Ein Haus außerhalb bauen. Ja. Gut. Das ist schön. Mittlerweile ist das Tattoo fast so komisch geleuchtet. Auch auf meine Finger gewandert. Nur für die Leute, die das so interessiert. Was ist denn das schon wieder? Ah, okay. Ey, wie wäre es, wenn du da mal... ...wieder... Ich meine, das kann man auch noch ein Stück weiter zerstören. Sehr interessant ist, dass die... ...19er Einwohner haben. Von denen ich gerade nicht gerade viele sehe. Ja, obwohl, hier sind ja noch welche. Und nur... ...was... ...34 Soldaten. Das ist sehr interessant. Ja, komm, wir müssen doch mal mit Schwung voll gegen treten. Dann wird es mit jedem mal kaputt. Häuser. Wir müssen schlafen! Oh, das... Hm... Hm, 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 hm. Häuser. Naja. Einmal hier und einmal hier. Wenn ich nicht mehr Zeit hatte. Dann ergibt das auch einen Sinn. Noch zwei Eindruck? Ich glaube, da muss ich meinen eigenen Willen holen, damit das irgendwie mal was wird. Weil bei zwei Eindruck, das ist natürlich immer mal... Oh, hm. Das scheint jetzt auch nicht besser zu sein. Okay. und dann ein bisschen mehr im Also, ich gehe auf, bei mir. Also, ich gehe auf, bei mir. Ich gehe auf, bei mir. Ich gehe auf, weil ich mich auch an, wenn ich mich schon mal los bin. Das sieht aus.